Hallo liebe Leute, willkommen zu einem neuen Video bei euren Giftgames. Wir spielen heute mal eine Runde GTA 5, da ich mir gesehen habe, dass ich wieder ein wenig inaktiver werde. Wie ich jetzt hier jetzt ganz schnell ein Video wieder hochbringe. Sagen wir mal, ich bin dann manchmal immer so zwei Wochen inaktiv, aber es kann ja wieder zu neuen Videos herkommen, zu mir hindurch. Und zwar, wie gesagt, spielen wir jetzt GTA 5, und zwar rauben wir mal ein paar Einkaufsläden aus, ob wir ein wenig Taschengeld bekommen. Wenn ihr versteht, weil ich meine. Ja, wir sehen uns einfach gleich nach dem Intro. Hallo Leute, da sind wir in der ersten Intro, wir sind nur in der GTA Online-Sitzung. Ja, wir wollen ja ein paar Bänke ausräumen und so weiter, aber was mir auffällt, das Auto brauchen wir eigentlich nicht. Und Lester brauchen wir auch nicht. Wirklich. Pfff, was ist das? Ehe, Fail. Wie gesagt, das brauchen wir eigentlich nicht, also... Ganz selbe, wir brauchen nur ein Auto, denn ne, das ist immer eine Privatkarre. Ist auch privat, dass die Polizei auch ein bisschen herkommt. Ja, wir rufen jetzt einfach nur Lester, kommt man an. Dafür brauchen wir ihn natürlich. Ja. Hei. Hey, wass up? How can I help? Ja. Ah, I take it this isn't purely a social call. Of course not, you're in trouble and you need my help. We need my help, no problem. Okay, drag uns zuerst mal meine Karre holen. Warum hab ich jetzt gleich die Sachen ausgerufen und so weiter. Ja. Wir sehen uns einfach gleich, wenn ich... ... nicht die Fahrzeuge, äh, wie ich das Fahrzeug geholt habe, aber... Ich hab was da auf das Fahrzeug bestellt, die Feuerwehr war auch schon am Start gewesen. Ich denke mal, dass wir uns jetzt erstmal einen Einkaufsladen aussuchen, wo wir natürlich hinfahren. Was soll ich sagen? Ja, suchen wir uns hier gleich diesen hier aus. Keine Ahnung, was wir hier machen, aber... Na gut. He he he. Was ist denn los? Ich will doch nur den Einkaufsladen ausräumen, aber auch egal. Guten Tag. Können Sie mal rausgehen, bitte? Also... Ja, also... Ja, wie soll ich sagen? Ja, also... Ja, mit die Kohle. Ja, ich will nicht. Ich mache mich nicht. Das wäre so. Dann machen wir gleich den Einkaufsladen aus. Ich bin der Mann, Mann, Mensch wieder. Ok, da waren wir hier im Colorado. Ok, fangen wir jetzt schon zum nächsten mal. Ok, wir können mir dann noch mal sagen, ob die Auflösung gut ist, weil ich weiß gar nicht. Ich hab ja hier mal was umgestockt vor der Auflösung, vorhin. Ah, perfekt hier. Überhaupt keine Munkensäle hier. Ok, wir können aber den eingeplanen. Oh, hi. Oh, shit, no! Jesus, der whole day's taking! Ich denke, ich schreie mich. Ok, wir können sich ab. Guck mal, komm mal. Guck mal. Ja, das ist ja auch so wunderschön. Ach, das ist ja auch so wunderschön. die die Ich brauche aber die Butter irgendwie auf die ganze Zeit irgendwie auf den Alkohol. Ein bisschen geschnappert. Okay, jetzt muss ich mir ganz ehrlich sein, hier war ich eigentlich nie gewesen. Ich hätte diesen Ort kenn ich doch nicht. Der Ort ist mir unbekannt. Sagen wir es mal so. Ja, ich habe euch auch nie. Schönen guten Tag! Wir sind die YouTube-Community. Wir wollen hier ein Ladenauto kaufen. Äh. Die Polizei ist so schnell? Ich habe keine Frage, warum müssen diese Leute mich immer dran machen, wenn ich irgendwie in Schwierigkeiten bin? Ego-Tjet, take your name. There is no escape. Die Pulsar war zu schnell. Die Pulsar war zu schnell, nicht ich? Die Pulsar war zu schnell. Ich bin nicht so langsam gerichtet. We have visual suspects. Kennt ihr das zu viel? Wir waren nur in Ruhe spielen und dann kommen 3.000 Leute, die wollen nicht von euch? Genau das Gefühl habe ich jetzt gerade aufgehoben. Keine Ahnung warum. Das ist doch ein Helikopter. Oh boy. Das ist doch ein Helikopter. Sollte umbringen wir den Wagen ab, oder? Das Fahrzeug geht einfach lieber normal. So. So. So, was wir machen? Kommen wir uns mal in diesen Bergkammel. Ich habe auch in diesen Bergkammel. Warum muss ich mit der Geheimdreund fassen? Warum muss ich mit der Geheimdreund sagen... Ich weiß nicht, was ist da? Wird nicht so an. 1 2 2 4 8 5 5 5 6 Was ist da wohl mir hoffnungsgegen kriegen zu sehen? Wäre der Helikopter, der eigentlich immer steht. Was ist das? Wie nieme ist das? Ja, mein Gott. Okay, das ist ein Pauvilligstorben. Oh, boy. Ja. Ich habe die Oh es gab es gab es gab nicht das ist da war so unschuldig Jaa, moin. Ach, wo willst du denn lächst du noch von mir? Ach, du mein Luxus warst. Okay, jetzt gehen wir da mit der Schrotchen. Hallo, mein Freund, schön guten Tag. We are Air Force in In-Land. Was ist das so cool? Vielen Dank. auch die Traumannsverlöschung im Internet gestohlen Geld zu überweisen oder? Äh... Ihr kennt das nicht, oder? Ich mach das dauernd, ey. Äh... Schon mal im Moment mehr. Ich bin schon in diese Scheißbehinderte hier rumzulaufen, oder? Ich bin schon in diese Scheiß. Ich bin schon in diese Scheiß. Ja, was geht? Was ist denn? Was ist denn? Könnt ihr euch... Geflogen? Ja moi. E tirgadig Fail... Alles Tage... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020